UNTERTITELUNG Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Strandes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußern. Helft mir. Hilfe! Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben. Ein andermal vielleicht. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Stadt hat uns die Gelder gestrichen. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Rektor, zur Seite! Und er hat zwei Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen null. Da liegt eine Leiche an unserem Strand. Das gehört nicht zu unserem Job. Mein Bauch sagt, dass da irgendeine kranke Scheiße abgeht und meine Eier geht ihm auf den Grund. Meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Alter, wieso klingen deine Eier wie dreijährige Mädchen? Keine Ahnung, Mann. So reden die halt. Aber die sind weise. Willkommen bei Baywatch. Sag mal, musst du mich so angrapschen? Wieso sieht es immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Oh, 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 oh. Was glaubt ihr, wo wir hier sind bei den vernamten X-Games? Sorry, wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Eine Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Wollt ihr mich verarschen? Und selbst wenn ihr die Polizei wärt, wäre das trotzdem noch total illegal. Okay, dann ist es ja gut, dass wir nicht die Polizei sind. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal.